Hallo meine lieben Freunde des Rückblicks und Willkommen zurück zu einem kleinen Rückblick auf 2019. Zu 2019 kann ich ja als YouTuber nicht ganz so viel sagen, da ich ja noch nicht so lange dabei bin, aber schon seit dem November und es hat an sich Spaß gemacht. Danke an alle die bis hier hin zu geschaut haben. Ja, hier habe ich ein Review von 2018 geöffnet aus meinem Kanal. Ja, ich wollte schon einen kleinen Rückblick machen und die Spiele die wir dieses Jahr gespielt haben, also noch kann ich sie erzählen. Irgendwann wird es vielleicht anders. Wenn im ganzen Jahr. Dieses Jahr haben wir Monster World gespielt. Ähm... Wir haben... Oxygen All Entloot gespielt. Genau, das Display, was noch läuft. Und wir haben Frontier 2 gespielt. Sind wir sonst noch... Hab ich sonst noch irgendwas gespielt? Ähm... Wenn ich irgendwas vergessen habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt doch gerne euer Lieblingslesplay in die Kommentare. Was fandet ihr dieses Jahr an Let's Plays am besten? Und vielleicht kann ich nächstes Jahr ein komplettes YouTuber Jahr erleben. Also... Habt noch... Einen schönen Tag. Die Musik hier ist ECS, könnt ihr verwenden. Deckhold und die Zeichnungen. Alles von mir. Könnt ihr auch alles verwenden. Und... Das hier wahrscheinlich eher nicht. Ähm... Ja... Und deswegen, habt noch ein schönes... Letztes... Den schön besten Tag. Im Jahr. Kommt also meine noch immer zu dem Tag. Ähm... Ja... Und ein schönes neues Jahr. Bis... Zum nächsten Jahr. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.